Und ich frag mich immer noch, warum ich immer's sage, wenn ich den Schnitt mach und gerade eben ist meine Katze über meine Tastatur gelaufen. Ähhhh war denn das Mikro die ganze Zeit an oder was? Nicht gerade, ich hab's gerade eben erst an gemacht! Für sofern hab ich singen gehört. Du hast gesungen? Was? Oh was, nimm mal langweilig. Mein Katz hat mich inspiriert. Hey, die springen jetzt echt aus dem Fenster raus, die geil! Machen wir mal bitte das Fenster zu! Sie springt da wirklich raus! Es gibt mir gerade ein bisschen Stress mit meiner Katze, die möchte aus meinem Fenster rausspringen. Und bevor wir das hier machen, muss ich erstmal einen richtigen Schnitt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Euer Scott471LP und Fake981. 981! Und ich habe mich wirklich mit der Zeit verschätzt und wir sehen uns doch nicht im nächsten Teil. Ja. Wir müssen jetzt hier ein Portal machen. Und jetzt springen wir mal raus. Wow! Habe ich irgendwie nicht ganz getroffen oder so? Scheiße! Schau mal, ich mag den Remix nicht mehr. Mach den aus. Kann ich nicht. Na toll, jetzt... Warte mal, ich habe zum... Warte mal, ich habe zum... Die sind im Portal, nicht im Portal-Pil. Nein! Achso, ich habe ein blaues Portal geschossen. Wir müssen ein Orangen in das schießen. So. Ähm. Und so geht es jetzt eine Zeit lang weiter. Wann war das? Die Dinge-Plattformen bewegen sich und wenn sich etwas bewegt, da kann ein Portal nicht drauf bleiben. Und es kann sehr oft passieren, dass einem vor der Nase die Dinger wegfliegen. Nein! Scheiße! Jetzt fliege ich hier recht hoch. Autsch! Schnell bevor er sich bewegt! So. Entschuldigung, ich habe in diesem Kackstuhl endlich eine gemütliche Position gefunden. Schön für dich. Nein! 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 Ich habe abgespeichert. Scheiße! Nein! Gut! Kann ich jetzt das Ding bewegen? Fuck! 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 Nein! Ähm. 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 Irgendwie ist es dieselbe Höhe. Ich warte, was sich zuerst bewegt. Und... Weh! Das geht vor der Nase zu. Gut. Schnell! Scheiße! Das Ding hat sich weggemacht. Weggemacht? Ja, hat es. Schnell! Gut. Also, wir haben es schon fast geschafft. Du irgendwie noch nicht. Oh. So. Das Ende ist schwer. Das sage ich euch. Nein! Das war gemein. Das ist gemein. Und das ist noch gemeiner. Ich stecke im Portal fest. Jetzt stecke ich im Portal fest. Jetzt stecke ich im Portal fest. Jetzt stecke ich in der Plattform fest. Und ich kann auch nicht auf die... Ich stecke jetzt in der Plattform fest. Das ist zu fett. Ich kann eigentlich nicht raus. Das ist ein dover. Blöder Back. Kann man eigentlich zu fett sein, um durch den Portal zu kommen? Faktet? Du? 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 Ich weiß nicht, dass der ist dick. Hast du auch noch einen Unterschied zwischen Fett und Dick? Ich bin fett, aber ich bin dünn. Äh? Nein! Alles was man hier denkt, was im Körper irgendwie seine Muskeln sind, sind Wirklichkeit und Fett. Und was weiß ich war. Fett und H Born. Wenn man Torben und Düten nehm einand wiederından stellt, wenn man ja durchläuft, dann kann man sagen, ich seit dickem truthful. Naja, Torben ist ein Streber Wow Das war ganz schön hoch, so hoch, dass es nicht mehr erkannt wurde So, das war krass Krasse Krabbe Kopfschmerzen Ja Eigentlich müsste man ja daran so Hammer sterben Hammer sterben? Autsch Okay, ich glaube wir müssen ein bisschen warten Perfekt Nein Scheiße Nein Fuck 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 is vacuumus Bubi, kein Latein Wir haben Ferien Oh, scheiße Ich zeige Was heißt da fuck 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 makes Machen Tun And Time Ich bin jetzt schon immer an, dass es hier doppeldeutig klingt. Ne, ich meine, äh, fuck, fuckless. Was ist denn was anderes? Was ist denn eh los? Regeln. So, jetzt müssten wir das schaffen. Wenn ich das richtig ziehen würde. So. Was? Ich glaube, das bist du. Oh, Dreck. Dreck. Einfach nur Dreck. 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 Dreckstagenbuch. Oh, verflucht. Naja, versuchen wir es von da. Warum bin ich so schleiße geflogen? So, das könnte man jetzt schaffen. So, wir können das jetzt schaffen, wenn ich es eigentlich schaffen würde. So, jetzt müssen wir einfach nur von hier aus einigermaßen versuchen. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir runter, denn dort, jetzt müssen wir unseren Companion Cube einerschauen. Jetzt ist der als ein Herzchen drauf. Nein, er tut nur so. Nein, nicht der Companion Cube. Scheiße, scheiße, scheiße. Glück gehabt. Aber ich muss da rein. Und jetzt habe ich vergessen, welches Portal ich da rumgeschossen habe. Das war es nicht. So, das tut mir leid, aber es muss. Boobie hat offiziell den Companion Cube getötet. Es war nicht meine Schuld, es war seine Schuld. Und was uns da oben erwartet, sehen wir im nächsten Teil. Tschüss, euer Skoppy71LP und Fake... 981. Genau, tschau.